samstag der 13 oktober 2018 und willkommen zu einer episode des fortnite daily shops und wir haben etwas extrem seltenes drin und was komplett neues also ich würde sagen wir schauen mal direkt rein fangen wir noch mal an bei dem grim medicine set da habe ich mir hier die weibliche version scorch gegönnt und die finde ich absolut nice nur ich finde da gibt es wieder diskussionen im internet 1500 übrigens für die gute damen hier für den hier auch für plague und da gibt es wieder so diskussionen dass das backpack also dieser umhang hier eigentlich zu der guten dame hier gehört und das hier eigentlich zu dem gehört ist eine komische taktik die sie da machen erst mal gegrüßt die alle die da unten reinschreiben hammer noxus jamie hashtag buch army ich danke euch erstmal für die für die netten grüße make out hill gaming quick holy shit wie viele leute schreiben minuten rein danke erstmal dafür also 1500 bucks für die guten und dann haben wir natürlich noch die addons dazu zum einen hier den gleiter lamp light den feier ich irgendwie muss ich sagen aber ich habe mir nicht gut ich habe mir jetzt nur mein skin geholt 800 bucks für den hier und herald wand das ist dieser medizin stadt hier im grunde genommen oben mit der sanduhr drin 800 bucks und einer schreibt schon immer noch der skall drin bisschen dreist denn die sind immer noch drin tatsächlich 1500 für den hier ich habe heute video gebracht wer es noch nicht gesehen hat und zwar sieht es aus als wenn ein roter skall super kommt aber schaut euch einfach mal ein video an wer auf jeden fall nice wenn man da was og mäßiges bringen könnte die weibliche version für 1200 bringt nicht so viele stile mit beziehungsweise bringt die standard stile mit in diesem ganz normalen die sind etwas leuchtenderen und ja ich weiß nicht also apropos hier noch die sichel und der kipp cruiser den ich übrigens feiere muss ich sagen 1200 und die sichel ja also skall super set haben wir lange darüber gesprochen brauchen wir nicht mehr darüber reden kommen wir zu den dailies da fangen wir erstmal an bei der harpoon axt 800 wie box die war zuletzt von 39 tagen drin ja gibt es nicht so viel darüber zu reden so hammer ist sie gar nicht muss ich sagen kommen wir zu disco fever 800 wie box war zuletzt vor 52 tagen drin also ist auch schon ein weilchen her jetzt passt das ja ganz gut mit dem disco modus kommen wir jetzt mal zu dem seltensten item und zwar der scout ist wieder drin 800 wie box der war zuletzt renne vor 205 tagen 200 und fünf tagen absolut krass wie lange das her ist also wer auf diese ich sag mal no skin standard skins hier steht ist hier genau richtig hat hier so ja was das gelb leimlichen akzente überall ich stehe nicht auf die no skins auch wenn die selten sind aber epic haut echt alle seltenen skins raus glaube ich so nach und nach das heißt also jeder hat die chance die noch mal zu kaufen 205 tage ist das ganze her krasser skin auf jeden fall und dann haben wir für 200 behold komplett neu drin tada also warte warte gleich passiert was warte warte gleich passiert was absolut nice also richtig geld zwar noch wie mags für behold gehört natürlich zu diesen neuen emails die geleakt sind genau wie hier scorch diesen neuen set was geleakt ist das hört auch nicht mehr auf wie geil ist das denn bitte noch mal anfangen ja hat schon was also schreibt mal rein was euer highlight heute ist ich muss sagen ja was ist mein highlight ich gibt dem scout heute mein highlight weil das das seltenste item heute ist weil die anderen hatten wir alle schon tausend mal drüber gesprochen scout mein highlight heute schreibt mal was euer highlight ist dem shop gebe ich heute weil so viel stuff drin ist wir haben das ganze medizin set drin wir haben immer noch den sky ranger und sky trooper drin wir haben seltene items dran was neues soll ich gibt nur 9 von 10 schreibt mal was im shop geben würdet und dann würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat wie immer lasst ein like da ist ein sub da würde mich sehr freuen dann hören wir uns morgen zu neun episode also bis dahin tschau tschau tschau